Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Exklusivgespräch. Ich freue mich als Gast begrüßen zu dürfen den Arzt und Autor Heiko Schöning. Guten Tag, Herr Schöning. Guten Tag, Herr Regenauer. Freut mich. Dito, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich hätte schon gerne länger mal mit Ihnen gesprochen über Ihr erstes Buch, das, glaube ich, große Wellen geschlagen hat, als es rauskam, Game Over. Da ging es um Covid-19 und Antrax. Und jetzt haben Sie ein neues Buch in der Pipeline. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute sprechen können. Es erscheint am 20. Dezember, kurz vor Weihnachten. Und das Thema ist das Mikrobiom. Es heißt Angriff auf das Mikrobiom. Hat mich besonders deswegen interessiert, weil ich im März diesen Jahres einen Artikel geschrieben habe, Nahrung als Waffe, wo es im Groben auch um das Thema geht. Darauf kommen wir dann gleich zu sprechen. Die meisten Leute werden Sie kennen, vor allem wenn es um die neuen Medien geht. Sie sind schon lange in den neuen Medien vertreten, hatten auch schon vor der Corona-Krise, um die es im ersten Buch geht, partiell sich für soziales Engagement eingesetzt mit der Gründung des Wirkraft-Instituts zum Beispiel. Das gibt es schon einige Jahre. Und dann als Autor natürlich das Game-Over-Buch hat große Wellen geschlagen. Aber Sie waren auch als Mit- oder Initiator, Mit-Initiator des Außerparlamentarischen Corona-Ausschusses zugange. Sie waren bei der oder Mit- oder Initiator der World Freedom Alliance, der World Doctors Alliance. Also Sie sind sehr aktiv. Deswegen für all die Menschen, die Sie schon kennen und auch nicht kennen, ist, glaube ich, sehr interessant zu erfahren, was bewegt Sie denn das zu tun, sich sozial zu engagieren und auch zu schreiben. Denn als studierter Mediziner hätte man natürlich gerade im Rahmen einer Gesundheitskrise, einer Pandemie in Anführungsstrichen, sehr viel Geld verdienen können und den einfachen Weg wählen. Und Sie waren ja auch vorher schon aktiv mit eben dem Wirkraft-Institut. Was bewegt Sie denn persönlich? Ja, das werde ich manchmal gefragt. Und es ist eigentlich die Liebe. Es ist eigentlich Mitmenschlichkeit, nichts anderes, nichts Großes dazu. Was ich, wie ich ja da hineingekommen bin in diese Dinge. Ich habe mal einen Selbstmord mal untersucht, einen sehr wichtigen und habe dort herausgefunden, ja, dass dieser Selbstmord gar nicht so abgelaufen ist, wie offiziell gesagt worden ist. Und der hat gar nicht so stattgefunden. Und dass diese Person, die angeblich Selbstmord gemacht haben sollte, die sollte ein Weltverbrechen alleine begangen haben als Einzeltäter. Und da konnte ich eben ebenfalls nachweisen, das war gar nicht so. Das war gar kein Einzeltäter, sondern das war eine Tätergruppe. Und das war gar kein Selbstmord, sondern, ja, das war was anderes. Es war halt mit ein angeblicher Selbstmord mit dem Schmerzmittel Paracetamol. Und da habe ich selber halt in der Charité Berlin in der Notfallaufnahme Menschen behandelt, ja, sind meistens Jüngere, die das auch gar nicht so ganz hundertprozentig ernst meinen, ja, aber es versuchen und damit, sag ich mal, im Umfeld Panik schaffen. Die habe ich halt damit behandelt und auf anderen Kontinenten auch. Ich kannte mich da ein bisschen aus. Und es handelte sich da halt bei dieser Person, bei dem ich das untersuchte, um einen Mikrobiologen. Da muss man auch schon sagen, Moment mal, mit Paracetamol, mit diesem Schmerzmittel, das ist etwa so, als wenn ein Formel-1-Fahrer sich ein Fahrrad nimmt und wählt, um gegen einen Baum zu rasen. Ja, da gibt es, glaube ich, effizientere Methoden wahrscheinlich, ne? Ja, in der Tat. Und das war nicht so. Ich will das auch gar nicht groß ausführen. Jedenfalls zwar Dr. Bruce Ivins, der bis heute immer noch der offizielle Einzeltäter eines Biowaffenanschlages ist mit tödlichen Bakterien. Paracillus anthracis, die die Krankheit anthrax machen. Das war halt um den September 2001 herum, dass diese Anschläge da waren, fünf Tote des US-Parlamentes geschlossen worden. Also es war schon etwas, was recht wichtig gewesen ist. Und so bin ich halt in diese Sachen reingekommen, dass ich nachweisen konnte, nee, das war kein Selbstmord. Und interessant war ja dann, wer, welche Tätergruppe ihm dieses denn zugewiesen hatte. So bin ich halt dazugekommen und konnte tatsächlich dann halt diesen Kriminalfall aufklären mit Antrags, mit Dr. Bruce Ivins und konnte dann sagen, dass diese gleiche Tätergruppe für das Jahr 2020 mit involviert ist, eine große gefälschte Pandemie über die ganze Welt auszubreiten. Und da habe ich halt eben schon Monate vor der Corona-Panik ganz konkret gesagt, für 2020 wird es gemacht. Das sind die Personen, das sind die Fabriken. Und dann wird gesagt, lasst euch alle impfen. Große Panik. Ich habe ausdrücklich die Polizei, die Rettungsdienste zum Beispiel, gewarnt in diesem Interview davor. Und es ist genauso gekommen. Das ist alles schon halt bekannt. Aber für die, die es noch nicht wissen, so ist ein Arzt einfach mal dazugekommen. Diese Warnung ist öffentlich rausgegangen. Das ist, das war jetzt, ist genau fünf Jahre her. Fünf lange Jahre. Im Dezember 2018 ist dieses zweistündige Interview aufgenommen, wo ich schon diese Beweise auch abgedruckt hatte in einem Buchentwurf. Der war im Interview auf dem Tisch. Der wurde in die Kamera gehalten, so dass man schon die Sachen sehen konnte. Und das Buch hatte dann zwei Jahre Verzögerung. Weil ja, sehr, sehr viel Behinderung, Zersetzung, auch Feigheit von einigen drumherum. Und es ist so gekommen, wie es tatsächlich gekommen ist. Und die gute Nachricht ist jetzt, nach fünf Jahren, ich bin den Tätern, diesen Strukturen weiter auf der Spur geblieben und kann jetzt nach fünf Jahren sagen, was als Neues geplant wird. Also quasi Corona 2.0. Wir von MANOVA wollen den vielen Zumutungen der Politik mit mutiger Aufklärung und lebendigen Debatten begegnen. Wenn Sie etwas für unabhängigen Journalismus übrig haben, bitten wir Sie herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung. Vielen Dank. Das heißt, über diesen Vorfall in der Charité im Prinzip, das war auch so ein Erweckungsmoment. Und dann war der Weg über die Literatur entsprechend auch wichtig, um die Hintergründe, die politischen, die wirtschaftspolitischen Hintergründe einer solchen Tat, eines solchen Konglomerats, was Biowaffenangriffe organisieren kann, was die Mittel hat und die Methoden, auch die Macht, so etwas dann praktisch in der Öffentlichkeit anders darzustellen. Das war im Prinzip dann auch so der Weg in diese Materie, weil die wenigsten Leute beschäftigen sich ja ausführlich mit den Hintergründen, wenn es einen Vorfall gibt. Also da muss dann eben das Menschliche oder das Interesse an entsprechenden Zusammenhängen derart groß sein, dass man sich dann in die Materie vertieft. Und ich nehme an, dass auch in diesem Zuge dann eben das Projekt Wirkraft entstanden ist, weil da ging es ja dann auch schon um die soziale Frage und um auch das monetäre System, in dem wir leben, das Weltwirtschafts- und das Weltfinanzsystem. Und deswegen eine anschließende Frage, vielleicht noch bevor wir zum Buchinhalt kommen. Wie recherchiert man denn? Ich denke, viele Leute sind auch heute auf der Suche nach Antworten. Und ich kriege das auch als Autor ganz oft. Ja, wo finde ich denn da die Quelle? Wo sind denn da die Inhalte? Und wie komme ich denn an das alte Interview? Das ist ja nicht mehr da. Und wie gehen Sie vor? Wo recherchieren Sie? Was sind Ihre Anhaltspunkte? Und in welcher Form muss man sich diese Recherchearbeit vorstellen, die einen auch in die Lage versetzt, etwas zu prognostizieren? Es ist ja nicht nur, dass Sie Vergangenes aufarbeiten, so wie ich das auch tue, sondern auch in gewissem Maße, wie ich das auch tue, versuchen, eine Vorausschau zu treffen und sich da festzulegen ja auch zum Teil, dass man sich auf einen Punkt festlegt und den antizipiert. Also wie kann man sich die Recherchearbeit für so ein Buch vorstellen? Noch dazu, weil die Bücher sind unglaublich gut recherchiert, mit wirklich vielen Fußnoten. Sehr umfangreich auch. Das ist nicht wenig Arbeit. Ja, also in der Tat, also für das erste Buch sind es über 350 Quellen, die angegeben worden sind. Und die Quellen haben es alle halt in sich. Und ich habe es auch in dem Buch, das Sie gerade hochgehalten haben, habe ich auch Originalbeweise abgedruckt. Das ist ja eine Chance, weil ich natürlich selber da sehr skeptisch rangehe. Wenn ich etwas höre, sage ich, ja, kann sein, aber wo ist denn die Quelle? Und kann ich die Quelle sehen, am besten im Original? Und wenn es ein übersetzter Text ist, kann ich den, wenn es eine wichtige Stelle ist, kann ich auch den Originaltext nochmal lesen. Und das finden Sie halt in meinen Büchern dann halt dann auch tatsächlich drin. Das habe ich auch jetzt in dem neuen Buch, Angriffs aufs Mikrobiom, eben auch gemacht, dass sich wichtige Stellen auch im Original, auch nochmal, also der Originaltext auch nochmal mit zitiert ist. Und sogar noch mehr Quellen im neuen Buch sind über 700 Fußnoten, Quellen da. Selbst wenn Sie Wiederholungen, also mehrfach vielleicht aus einem Buch oder einer Quelle, einem wissenschaftlichen Artikel, das ist mit meiner Hauptquellen natürlich, weil ich mich sehr halt auf nachvollziehbare, publizierte Quellen beziehe, dann kommen Sie halt mindestens immer noch auf über 500 Quellen. Das heißt, jeder kann mit den Büchern Game Over 1 oder jetzt Game Over 2, Angriffs aufs Mikrobiom, eben auch nach, die Frage, die Sie mir gestellt haben, selber nachvollziehen. Also jeder kann theoretisch auf dieses Niveau kommen, dass man sagt, ah, daher, daher, daher. Und das sind natürlich viele, viele Studien dazu. Es sind hunderte von wissenschaftlichen Artikeln, weil es sich natürlich hier um Medizin handelt, weil es sich hier um Biotechnologie handelt. Und ja, ich habe selber halt auch nach dem Medizinstudium in dieser Industrie gearbeitet. Ich habe das die ganzen Jahre nie an die große Glocke gehängt. Es ging ja da nicht bei Covid-19 ja um Immunologie. Und ich war aber tatsächlich auch Chefmediziner eines Biotech-Unternehmens, also Biotechnologie-Unternehmens in der Immunologie und vieles andere mehr. Und auch die klinische Forschung da drumherum. Ich habe also auch im Bereich der internationalen klinischen Forschung auch gearbeitet. Also ich bin so ein bisschen so ein Forschungsspezialist. Aber das Wichtigere war halt, wie Sie sagten, ja, eben Erfahrung auch in der Praxis, natürlich mit Patienten, bis 2019, 2020 hatte ich auch eine Privatarztpraxis, auch dabei auch mit einzelnen Patienten natürlich, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Nur aus dieser Erfahrung heraus hatte ich eben am Anfang mal gesehen, Moment mal, ein Selbstmord mit Paracetamol, ein Bioterrorist, weltweite Panik, Einzeltäter, das passt nicht. Und das konnte ich eben ganz klar beweisen. Das heißt, die Grundlage auch jetzt, das von Game Over 2, das sind wirklich absolut bewiesene, auch mit wissenschaftlichen Quellen, unwidersprochene, noch nicht mal angegriffene Beweise, und die ich da wirklich hingelegt habe, dass man sich einen Punkt eigentlich nimmt, dass man sagt, hier, von diesem Kriminalfall, Antrags 01 aus dem Jahre 2001, so wie Covid-19 von 2019, diesen Kriminalfall habe ich nicht wirklich durchgegangen. Und da konnte ich eben den Menschen, die das aktiv vertuscht haben, also eben die Schuld in die Schuhe geschoben haben, denen konnte ich eben aktiv die Schuld nachweisen, teilweise mit deren Unterschriften, mit den Originaldokumenten. Und so bin ich halt einem Netzwerk einer kriminellen Organisation, einer kriminellen Vereinigung, einem organisierten Verbrechen auf die Spur gekommen. Deswegen konnte ich Corona woher sagen. Es ist wirklich so gewesen. Man kann es ja eben auch nachlesen. Auch die Interviews sind auf den DVDs mit drauf. Und gute Nachricht, das habe ich hier schon. Im zweiten Buch wird auch wieder eine DVD drauf sein. Das ist also hier die DVD 3 sozusagen. Die ist auch in dem Buch Angriffs aus Mikrobiom mit drin. Und da sind auch wichtige Zusatzinformationen drauf. Und ja, die das Gesamtbild eigentlich geben. Ja, wichtig, um sich diese Informationen lokal zu sichern. Denn das Internet vergießt entgegen der landläufigen Meinung ja mittlerweile recht schnell. Beziehungsweise es verändert sich. Artikel werden umgeschrieben, gelöscht. Wir haben es jetzt gerade wieder gesehen. Da gab es mal einen guten Artikel oder einen guten Beitrag. Jetzt beim MDR war das. über die Probleme mit der Injektion. Und ja, der war dann aber nicht sehr lange online. Jetzt wurde er dann wegen Rückfragen etc. offline genommen. Also das ist natürlich sehr flüchtig. Deswegen, ich bin auch immer der Meinung und rate auch immer, allen Menschen Dinge herunterzuladen, physische Medien zu kaufen. Also wenn schon nicht das Buch. Das ist vielleicht auch finanziell, glaube ich, eine Bürde hier und da, wenn man sich alles das Material besorgen will. Aber zumindest kann man sich das PDF offline sichern und Materialien lokal verfügbar machen. Weil irgendwann, wir sehen das, verschwinden immer mehr Dinge aus dem Internet. Wir brauchen physische Medien. Richtig, auch mal Sachen ausdrucken. Also so ein Artikel, den auch mal auf Papier zu haben, das ist schon etwas anderes. Und die Grundlagen, also von dort aus, von diesem Kriminalfall, bin ich ja auch weit zurückgegangen in die Historie. Ich sage mal so zwei, insbesondere so 200, 250 Jahre zurück. Das fängt auch in meinem Buch Game Over 1 mit den Opiumkriegen mit an. Also im hinteren Teil habe ich auch die Zusammenhänge genannt. Woher kommen denn diese Macht dieser Organisation? Und dann hat man etwas. Und das sind tatsächlich Bücher und auch Historiker, denen wir einiges zu verdanken haben. Zum Beispiel hier dem Professor Carol Quigley. Das war der... Princeton-Harvard-Historiker. Bill Clinton. Der hat dieses richtig dicke Buch geschrieben. Also rund 1000 Seiten. Ein Standardwerk. Und mit vielen wichtigen Bezügen. Das hätte man mal wirklich als Schüler im Unterricht mitgehabt. Und dann sagt man, oh gut, aber Englisch. Und hier, es ist übersetzt auch. Ja, und das gibt es auch als relativ günstiges Angebot, glaube ich, in der deutschen Übersetzung aktuell. Ja, gab es ganz lange. Wirklich. Und das ist wirklich hervorragend. Also Menschen, die dieses machen, sollten das eigentlich das Bundesverdienstkreuz bekommen dafür. Für so etwas, was sie denn hier sozusagen hier gebracht haben und veröffentlicht haben, nicht? Ja, und da haben wir... Das sind aber auch dann... Das ist das Netzwerk im Prinzip. Wir haben uns da, glaube ich, im Vorgespräch, hatten wir es kurz darüber, da haben wir uns dem gleichen Netzwerk von verschiedenen Punkten aus angenähert im Prinzip. Sie kamen aus dieser medizinisch motivierten Ecke und hatten da ihre Zweifel an den herrschenden Narrativen und an den herrschenden Paradigmen. Ich hatte das aus der wirtschaftlich-ökonomischen Perspektive und aus der politischen Perspektive und habe mich dem Thema dann ebenso angenähert und eben von besagtem Carol Quigley, deswegen, weil wir es gerade hatten, gibt es auch noch für Leute, die nicht die ganzen tausend Seiten lesen wollen, gibt es dann auch noch die etwas knappere Variante, was ja sehr spannend ist, die Anglo-American Establishment. Das ist nur, ich weiß gar nicht, 350 Seiten. Aber das im Prinzip ist ein Extrakt nochmal aus diesem Tragedy and Hope der wichtigsten Zusammenhänge und da kann man sehr Erstaunliches feststellen über die letzten 100 Jahre und welche Zusammenhänge da relevant sind und bis heute nachwirken. Das kann man also wirklich nur als Grundlagenliteratur empfehlen, zumal Carol Quigley war Harvard und Princeton Professor, war Teil dieser Elite und schreibt selbst im Vorwort, dass er gar nicht die Pläne der Elite verurteilt, nur den Weg dahin nicht mag, weil er ist intransparent. Also die Britische, sein Verständnis der britischen Lebensart hätte einen offenen Umgang mit diesem Thema verlangt und nicht dieses Geheimnis Krämerische. Das ist ja das eigentlich Interessante auch noch an Quigley. Ja genau, also ich hätte es eher auch so verstanden, so diese Note, dass er diese Leistung, die diese Gruppe vollbracht hat, ja um den ersten, zweiten Weltkrieg dahin, das Buch endet sozusagen um die 1960er Jahre, war, dass er diese Leistung halt auch wertgeschätzt haben wollte, weil sie ja nirgendwo dokumentiert war. Und also das war kein Gegner, das war ein Insider auch und das ist gut beschrieben und das muss man, diese Grundlagen muss man machen und die anderen Sachen sind halt auch wie halt Professor Anthony Sutton, muss man da einfach mal nennen, dann haben wir hier ein ganzes Sammelsurium halt. Ja, die Wall-Street-Trilogie ist ja empfehlenswert. Ja, also ich schätze Professor Anthony Sutton noch mehr als Kerry Quigley, denn Anthony Sutton war tatsächlich damit halt ein, ja, ein Aufklärer, ein wirklich Menschenfreund dagegen. Und das sind halt einfach Grundlagen und zu anderen auch, wenn man dann schaut, wie ich es in den anderen Büchern dann habe, selbst Leute, die mitgespielt haben, naja, die schreiben dann, werden irgendwann alt und schreiben dann über ihre Weggefährten zum Beispiel. Auch interessant, ja. Ja, und da findet sich so das ein oder andere, nicht, und so Quintessenz, dass man auch versteht, wie eigentlich untereinander, wie agieren diese Netzwerke, wie kommt das eigentlich? Und dann kann man wirklich dann sehen, so, ja, Menschen und Mächte, ja, da ist etwas drin, wie ich ja zum Beispiel auch beschrieben hatte, Ronald Reagan kam von der Mafia. Es ist wunderbar zu lesen mal, was Helmut Schmidt über Ronald Reagan zu sagen hat. Also, Helmut Schmidt ist kein Guter, um es gleich klar zu sagen, ja. Ja, leider. Ich bin ja nun mal Hanse Art und dachte auch, Mensch, toll, und ich hätte mir von, es ist ungelogen, ich hätte mir eigentlich von Helmut Schmidt auch meinen SPD-Parteiaufnahmeantrag unterschreiben lassen können, nicht, auch von einem jetzigen, noch jetzt amtierenden Bundesminister ebenfalls. Na, das wäre, Sie brauchen da immer zwei Unterschriften davon. Ich bin so heilfroh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich war nie in einer Partei, ja. Aber ich habe mir dieses politische Leben auch angeschaut und dachte, na, was ist das eigentlich? Also, man muss auch die Gegenseite lesen und auch da verstehen und man findet etwas. Und das kostet auch Geld und man muss da manchmal mal investieren. Das meiste geht zum Glück online, ja. Dieses Buch kann ich gar nicht empfehlen. Das ist sehr inhaltslos, aber es gibt da interessante Suche über Adenauer zum Beispiel. Und Adenauer ist auch in meinem Buch drin, denn die Familie von Adenauer ist absolut wichtig. Denn wer kennt die Familie McCloy, Zinsa, Adenauer? Und das ist absolute Grundlage für die Bundesrepublik Deutschland und es wird ihnen nicht gesagt. Und so versteht man dann eigentlich, woher man kommt und wie wir dann tatsächlich, ja, in diese Situation hineingekommen ist und warum jetzt zum Beispiel die Staatsorgane nicht so reagieren, wie sie reagieren sollten. Ja, gerade Adenauer, auch Teil oder Mitglied des sehr verschwiegenen Thinktanks Le Cercle zum Beispiel. Und wenn man sich damit länger beschäftigt, ich habe auch noch, was ich sehr empfehlen kann, ist die Biografie und das ist, glaube ich, die einzige Biografie überhaupt eines Rockefellers, der jemals ein Buch geschrieben hat, ist die von David Rockefeller, auch ein ziemlicher Weltzahl. Liest sich aber tatsächlich sehr spannend und recht flüssig. Dann sieht man aber auch mal, welchen Einfluss diese Menschen hatten, aus der eigenen Sicht beschrieben, mit welcher Arroganz das auch beschrieben wird und wie er auch ein Wegbereiter war für die jetzt herrschende, ja, neue Weltordnung, in Anführungsstrichen, von der so viel die Rede ist, weil als man in China oder in Moskau noch keine Bank des Westens sah, war er bereits dort und hat dann für Chase die erste Bank dort eröffnet und hat praktisch jeden politischen Führer, der in den letzten 70, 80 Jahren Relevanz hatte, getroffen. Egal ob Diktator, Präsident, ja, revolutionär, oppositionellen Künstler, der Mann hatte einen so unglaublichen Einfluss, dass wenn man sich das Buch mal durchliest, dann hat man tatsächlich nur aus der Biografie ein komplett anderes Verständnis der Welt, weil man sieht, wie irrelevant diese Parteien-Links-Rechts-Dialektik, die wir normalerweise als tägliche Beschäftigungstherapie vorgesetzt bekommen, wie irrelevant diese ist. Also das ist eigentlich tatsächlich, ich nenne es, so heißt dann mein nächstes Buch, die Truman Show, es ist tatsächlich mehr eine Art Spielfilm, der uns beschäftigt hält, während sich diese tatsächlichen Themen, nämlich sowas wie diese Roundtable-Gruppe, die Quigley beschreibt, oder die von Ihnen erwähnten Sattenbücher, die sich dann mit Wall Street und der bolschewistischen Revolution, Wall Street und der Aufstieg Adolf Hitler, beschäftigen, da sieht man, dass im Hintergrund eine sehr gut zusammenarbeitende, transgenerationale Gruppe über viele Jahrzehnte hinweg eigene Pläne verfolgt, die mit der Links-Rechts-Dialektik nichts zu tun haben. Ja, das ist korrekt dazu und das sind sozusagen die Grundlagen. Das heißt also, auch meine Arbeit, die ja sozusagen fokussiert ist, eben auf den Bereich natürlich des Menschen, des Körpers, der Biologie und da ich auch noch wie alle in Westdeutschland noch zu wehrpflichtiger damals gewesen bin und ich habe auch noch eine abgeschlossene Offiziersausbildung, ich bin also Offizier der Reserve, passt also sozusagen, Biowaffen ist da sozusagen ein natürliches Thema, welches ich halt wirklich bearbeiten kann und auch dort, ich war auch mal Mitglied der deutschen wehrmedizinischen und wehrpharmazeutischen Gesellschaft. Also es gibt es gibt da viele viele Grundlagen, sage ich mal und viele Berührungspunkte in meinem in meinem Leben dazu, wie ich dazu gekommen bin, ist auch zu beurteilen und wie gesagt, alle Quellen sind im Buch drin, in dem neuen halt Angriffs aus Mikrobiom, da sind halt rund 700 Quellen da, es bezieht sich natürlich direkt auf auf diesen Umstand aber ich freue mich heute gerade, wenn wir auch mal vielleicht etwas sozusagen da nebenbei auch sagen können, nicht, ich habe es ja im Buch selber auch in anderen Interviews schon dargelegt, worum es sich handelt, ja, um einen wirklich bevorstehenden Bakterienterror, der auf uns zukommt, einen Corona 2.0, das ist ernst zu nehmen und Corona vorhergesagt, es ist so tragisch, wirklich. Dass so wenige Menschen da halt entsprechend reagiert haben, aber jetzt haben wir wieder die neue Chance, das mit auf eine Grundlage zu stellen, die nachvollziehbar ist, denn das, was gedruckt ist oder was auch hier auf DVD gebrannt ist, dazu stehe ich, das ist fix, das ist fest und jeder kann auch ein Buch lesen offline, irgendwo, nicht vom Klo bis zum Kilimandscharo, ja, wo immer sie das halt lesen möchten und auf eine DVD, packen sie einfach einen DVD-Player, keiner bekommt das mit, ja, keiner braucht Angst haben, dass irgendwer das nachliest und das Interessante ist auch, ähm, ähm, dass, wenn man auch die, die größeren Grundlagen verstanden hat, die sie ja richtig angesprochen haben, dann sieht man auch, wo die Gefahren wirklich, wirklich drin und wo sie lauern und diese Mächtigen, die eigentlich nur sehr wenige sind, die kümmern sich da unten kaum halt, äh, um uns, die Aufklärer, ähm, weil sie auch in der Vergangenheit immer wieder mit diesen ganz großen Dingern und Lügen fast straffrei durchgekommen sind. Ja, viele dieser Events und Disruptionen sind ja derart groß, dass sich die meisten Menschen auch nicht vorstellen können, dass, äh, irgendwas nicht zufällig passiert, sondern man sagt dann im Englischen so schön let it happen on purpose oder make it happen on purpose, ja, also dass man etwas passieren lässt, was vielleicht andere geplant haben, ähm, oder dass man etwas tatsächlich dann finanziert, dann lässt man es, äh, durchführen und beschwert sich dann über die Folgen, das ist klassische Dialektik, ähm, ähm, von, ja, schaffe das Problem und biete dann die Lösung, ähm, also das, äh, können sich aber viele Menschen nicht vorstellen, deswegen, äh, ist wichtig, dass man diese Quellen verfügbar macht und das, äh, versuche ich auch immer, die, ähm, Literatur zur Verfügung zu stellen in meinen Texten, so dass die Leute über Hyperlinks im Prinzip das gleiche Wissen sich aneignen können, das ich habe, während ich den Artikel schreibe und dann aber auch zu einem anderen Schluss kommen können oder gar weiter recherchieren und einzelne Punkte noch vertiefen. Deswegen sprechen wir nochmal jetzt über die, äh, Details oder den Inhalt des neuen Buches, finde ich, äh, es geht eben im erweiterten Sinne, ich hatte das im, im, im Intro erwähnt, um Nahrung als Waffe, also ich, in meinem Artikel ging es damals natürlich um die historische Betrachtung, dass Hunger als Waffe schon seit der Antike ein probates Herrschaftsmittel war. Durch Aushungern, durch Belagerungen, durch Abschneiden der Versorgungswege konnte man den Gegner oft einfacher in die Knie zwingen als durch militärische Macht. Das, äh, war gerade bei militärisch übermächtigen Gegnern eine sehr wirkungsvolle Waffe. Äh, noch heute leiden die Iren unter einer zwölfprozentigen, äh, Bevölkerungsreduktion aufgrund der, ähm, angeblich damals war es die Kartoffelfäule, tatsächlich war es aber, äh, die Fäule oder diese Krankheit war nur ein Punkt, der da zu einem Mangel führte. Äh, tatsächlich war es nachher das Abschneiden der Zufahr, äh, der, äh, Lieferwege, beziehungsweise die Blockade von Hilfslieferungen nach Irland durch London, die dann dort für Millionen von Tote gesorgt hat und bis heute, äh, wie gesagt, hat sich die Bevölkerung in Irland davon nicht erholt und das ist schon sehr lange her. Ähm, aber die neueren Aspekte sind natürlich, äh, dass, äh, jetzt zum Beispiel Nutztiere in Amerika und Australien ab Herbst, Winter diesen Jahres, also aktuell, äh, mit mRNA-Injektionen geimpft, in Anführungsstrichen, werden sollen, äh, dass wir, äh, schon lange sehen, dass Gen-Mais, Monsanto, das war ja auch lange in den Medien, auch in den Leitmedien, dass Monsanto schon lange an, äh, genmanipulierten Produkten arbeitet, das dann das eine Feld auf das andere herüberstreut und dann im Prinzip überall das genmanipulierte Zeug wächst, Monsanto verlangt dann dafür Patentgebühren, etc. Das sind einzelne Aspekte, aber ich glaube, in Ihrem Punkt, und das ist, glaube ich, die Schnittmenge auch zwischen dem Artikel, den ich geschrieben habe, und Ihrem Buch ist, dass, äh, ich erwähne, es gibt zum Beispiel ein israelisches Start-up, das arbeitet daran, äh, DNA oder Informationen in Form von Pilzsporen, äh, und Bakterien in, äh, Nutzpflanzen einzubringen. Das heißt also, selbst wenn ich sage, ich möchte keine, ähm, Rinder aus amerikanischer oder australischer Zucht, weil sie eventuell mit mRNA-Produkten, äh, injiziert sind, ich, äh, gehe jetzt den veganen oder den vegetarischen Weg, dann muss ich jetzt in Zukunft auch befürchten, dass mein Kohlrabi, mein, äh, mein Salat, meine Möhre, auf dem Feld mit diesen Pilzsporen behandelt wird, die angeblich zur Verbesserung der Supply Chain zur Lieferkette beitragen sollen. Das heißt, man kann dann den, die Moorrübe vom Acker, äh, bis in den Magen und dann auch zur Ausscheidung nachverfolgen, um die Lieferkette zu optimieren. Also dieses, äh, äh, eingebrachte, der eingebrachte Fremdkörper, in Anführungsstrichen, lässt sich nicht, äh, verkochen, der lässt sich nicht, äh, totfrieren, der lässt sich auch nicht zerschneiden und zerteilen, das ist da. Und, äh, ich glaube, da ist auch die Schnittmenge mit Ihrem Buch, äh, wenn ich das richtig verstehe. Ich glaube, man muss aber erst mal voranstellen, was ist das Mikrobiom? Den wenigsten Leuten wird das vielleicht, oder nicht allen Leuten wird das was sagen. Ja, das Mikrobiom ist die Gemeinschaft der Kleinstlebewesen, in einem Menschen. Ja, wir sind tatsächlich nicht allein. Es gibt nicht nur menschliche Zellen in unserem Körper, sondern sogar noch mehr fremde Zellen. Die, das sind hauptsächlich Bakterien und Bakterienzellen, die besiedeln unseren Darm, unsere Verdauungstrakte. Die sind auch auf unserer Haut außen, also überall auf den, auf unseren Oberflächen, insbesondere innen auch. Ja, ähm, da sind ganz, da sind ganz viele Keime und die sind gut und die helfen uns auch. Ohne die, ähm, würden wir schwer krank werden und, ähm, letztlich, äh, gar nicht überleben können. Das ist sozusagen diese natürliche Gemeinschaft, das ist das, äh, nennt man Mikrobiom. Ja? Kleinstle, äh, Gemeinschaft der Kleinstlebewesen. Ähm, auch Mikroben manchmal, ähm, sozusagen so übergriffig genannt. und da die Bakterien die größte Rolle spielen, sag ich's ja nur, also, sollte man die, auf die Bakterien auch, ähm, den Fokus drauflegen und als Vertrauungstrakt insgesamt, ich kann das natürlich alles fachlich, medizinisch, sonst etwas, fachchinesisch ausdrücken, konzentriere ich mich einfach mit dem Darm, ja? Ja. Dass man auch jetzt gerade in so einem Interview, ähm, das macht, dass man nicht das zu sehr halt, ähm, ja, nur für Fortgeschrittene macht, sondern auch eben für Einsteiger. So ist auch das Buch aufgebaut, dass ich dort halt einfache Darstellungen mit, äh, vertiefenden Darstellungen abwechseln, also für Einsteiger wie für, äh, Fortgeschrittene auch. Beim ersten Band, das war schon sehr viel, sehr kompakt, da war auch noch nicht klar, halt, dass ich, äh, noch in die Gelegenheit nochmal komme, ja, tatsächlich noch ein zweites, äh, Band auch, ähm, schreiben zu können, ja? Deswegen auch alle herzlichen Dank, die mal vor, äh, für meine Freilassung, mal vor britischen Botschaften, mal, ähm, demonstriert haben, ähm, sonst säße ich vielleicht immer noch im Gefängnis wie Julian Assange, ja? Und, ähm, auch an der Stelle möchte ich mal wirklich sagen, das ist hier kein Kinderspiel, kein Zuckerschlecken und die Person von Julian Assange, jemand, ein Journalist, der aufgedeckt hat, dem, ähm, die Menschen sehr viel zu verdanken haben, der sitzt immer noch im Gefängnis, ja? Unter wirklich, ähm, folterhaften Bedingungen. Außer, wenn Julian Assange nicht frei ist, gibt es auch keine Pressefreiheit. Insofern freue ich mich gerade mit Ihnen, halt so einen Pressemann, ja? auch, ähm, dazu, nicht, äh, Manova macht ja auch eine hervorragende Arbeit und, ähm, vieles, viele andere halt in ihrem Umfeld auch. Muss man einfach sagen, solange Julian Assange nicht frei ist, gibt es keine Pressefreiheit. Ja, soviel sozusagen zum Persönlichen. Da ist richtig Herzblut rein, da muss man sich engagieren und bei der Gelegenheit, ja, ähm, die letzten Monate und Wochen wirklich gearbeitet, Tag und Nacht, damit diese Botschaft, die, ähm, das Neue halt, die Warnung vor dem Bakterienterror rauskommt, hat auch ein bisschen an meinen Kräften gezerrt. Sie hören, jetzt habe ich eine Erkältung und einen rauen Hals, aber, ähm, das ist ein Klacks dagegen, ja, von dem, was bei Corona passiert ist oder so ein Julian Assange jetzt noch erleiden muss. Ja, ja, ich habe im, äh, Klappentext oder in der, in der Ankündigung zum Buch gelesen, äh, du bist, was du ist, das schöne Sprichwort, ne, und dass man, äh, die Gleichmacherei, die Gleichmachung des Mikrobioms anstrebt, dass man also durch neuerliche Interventionen, ähm, ja, medizinische, biotechnische Interventionen, äh, dafür sorgen will, dass der Mensch im Inneren, äh, gleichgeschaltet wird und, ähm, eben sowas wie diese mit, ähm, ähm, Pilzsporen angereicherten Bakterien, die dann auf Gemüsen, etc. ausgebracht werden, ähm, finden dann den Weg in unsere Nahrungskette. Äh, das ist also schon ein Angriff, ein massiver Angriff und, ja, Bakterien gibt's natürlich, wie sie's beschreiben, sehr gute, ohne die könnten wir auch gar nicht leben, äh, sie sind, tragen zu unserer Funktionalität bei, äh, des Körpers. Es gibt aber auch sehr, äh, fiese Bakterien, ich, und das war, das, war eines der schlimmsten Dinge, die ich in meinem Leben hatte, war, als ich einmal am Flughafen irgendwo aus einer Milchmaschine, äh, wahrscheinlich nicht sauber geputzt, einen Kaffee getrunken hatte und ich kam sechs Stunden später zu Hause an und danach war ich drei, vier Tage, äh, dermaßen, äh, schachmatt wie noch nie in meinem Leben. Also, ich hatte dermaßen hohes Fieber, dass ich nicht mehr wusste, ob Tag oder Nacht ist, dass ich nicht mehr wusste, in welchem Zimmer ich bin, äh, und mein Kopf ist fast geplatzt und über die Probleme mit den Ausscheidungen, äh, möchte ich gar nicht sprechen. Also, das, äh, selbst meine Ärztin hat dann gemeint, wäre ich zehn Jahre älter oder wäre körperlich nicht in guter Konstitution gewesen, wäre ich daran gestorben. Ähm, und das ist ein Bakterium, ja, ein Milchbakterium. Ja, und, ähm, es ist wirklich so, ähm, Bakterien können auch wirklich, äh, tödlich sein. Die allermeisten, wie ich ja sagte, in unserem Mikrobiom, die helfen uns, das sind unsere Freunde und Helfer, mit denen leben wir gut zusammen. Aber es gibt einige Bakterien, die halt, ähm, wirklich krank machen können und auch individuell. Also, wenn man dann den genotischen Kot sogar noch hat, dann weiß man noch genauer, welche Bakterienart, äh, wen halt ins Grab bringen können, ja. Ähm, und, ich hatte das, ähm, wie gesagt, schon jetzt gesagt, was uns droht, vielleicht an dieser Stelle ganz kurz. Ähm, wie wird es ablaufen, wenn ich von Bakterienterror spreche? Phase 1 ist, sie hören plötzlich, sie lesen überall, viele Menschen sind an Bakterien jetzt gestorben, ja. Killerbakterien, sozusagen, gehen um, ja, und, ähm, eine Panik, wie bei Corona, ja, wird, äh, wird dann aufgemacht und, ähm, viele haben Angst, eine Panik wird geschürt. Auch wieder wunderbar, halt, mit Lockdown, weil sie könnten sich ja infizieren, äh, die neuen Terroristen, die neuen Gefährder heißen, den Ausscheider, ja, also wenn, macht Sinn, ja, oder noch halt ein, irgendein PCR-Test oder etwas anderes, noch ein Schnipsel, äh, auf der Flugzeugtoilette oder halt in den Abwassern der Häuser irgendwo in der Kanalisation etwas entdeckt haben will, ja, mit der Präzision eines Corona-Testes, dann haben sie da den Freifahrtschein für Lockdowns und Absperrungen von ganzen Stadtteilen, Dörfern, Städten, ja, und, oder Flugzeugtüren, die sich nicht mehr öffnen und das ist Realität und da sind Unternehmen jetzt dabei, das Ganze halt aufzusetzen, das sind, eins, äh, alles einzelne Schritte und das Wichtige zu verstehen ist, es sind wirklich kriminelle Vereinigungen dorthinter und das ist kein Scherz, so wie wir es Anfang ja gesagt hatten, ich konnte wirklich an einem ganz konkreten Kriminalfall nachweisen, hier, das, äh, das sind wirklich Verbrecher, die planen weiter und diese Netzwerke mit diesen Menschen, ähm, weiter, die sind heute aktiv und benutzen halt, äh, große Fabriken, um, einerseits können sie Bakterien selber herstellen, aber noch mehr können sie die besonderen krankmachenden Eigenschaften und Proteine, also Eiweiße von diesen Bakterien, massenweise herstellen, so haben sie also sozusagen das schädigende, ähm, als Parfum, sozusagen als, ähnlich der Gain-of-Function-Forschung, eigentlich dabei und ausbringen, in welcher Form halt auch immer oder auch in Nahrungsmitteln belassen und diese Produktion von diesen Bakterien, Eiweißen, die Hauptproduktionsmethode ist in Pflanzen selber, also in genveränderten Pflanzen, das sind an erster Stelle Tabakpflanzen, aber auch Salatpflanzen und Tomatenpflanzen, die können sie sogar direkt dann in die Nahrung reinbringen, ähm, mit Organisationen für das Jahr 2020, es ist so gekommen, wir konnten es etwas abschwächen, äh, diese Welle ist vorbei, aber die nächste Welle kommt. Ja, die Aufklärung, ähm, viele sagen dann, ja, was hat denn diese Aufklärung gebracht, passiert ist es ja trotzdem, ich bin aber auch der Meinung, und da teile ich ihre Position, äh, hätte es nicht diesen ganzen, äh, ja, komplex der neuen Medien gegeben, die da versucht haben, äh, eine andere Position darzustellen, die versucht haben, Fakten in der Tiefe zu erarbeiten und eben auch die, die Brüche und Fehler im Narrativ, im Offiziellen darzustellen und das in einem unglaublichen Umfang, ähm, mit einem, mit einer bis zur Selbstaufgabe, äh, äh, gehenden Energie, dann wäre diese Corona-Krise ganz anders gelaufen, denn ich bin der Überzeugung, ähm, das System, in Anführungsstrichen, hätte das auch so weit getrieben wie in China und hätte auch im Falle Gebäude zugeschweißt oder wir hätten schon, äh, einen, äh, digitalen Impfpass verknüpft mit einer, äh, äh, Mobilitätskarte oder einer CBTC, also diese Entwicklungen, die wir ohnehin sehen, die auch in den Leitmedien berichtet werden, äh, die wären vermutlich deutlich schneller abgelaufen, äh, gäbe es nicht diese, diese Aufklärung und deswegen ist auch wichtig, dass man die Täter benennt, deswegen, äh, ganz kurz nochmal zurück zum Buch, ähm, die, also sie hatten auch in einem Auf-Eins-Interview bereits schon Namen und Unternehmen angesprochen, also, äh, jetzt ist, in dem Buch nehme ich an, einfach noch deutlich mehr Informationen zu den Hintergründen, zu den einzelnen Protagonisten, ähm, und welche Unternehmen da aktiv sind, mit denen man jetzt in der Zukunft in den nächsten ein bis zwei, drei Jahren rechnen muss. Was ist denn der zeitliche Horizont, den Sie sehen, ähm, bis wann so etwas stattfinden kann, wie lang brauchen die Produktionskapazitäten noch, um hochgefahren zu werden, bis wann kann, äh, so ein, äh, manipuliertes Bakterium in die Nahrungskette eingebracht werden, sodass man es tatsächlich im Supermarkt, in der Gemüseauslage findet, was ist da Ihre Abschätzung? Es kann morgen schon starten. Diese Fabriken, National Resilience, die ich genannt habe, mit dem, äh, Direktor Christopher Darby, um einen hier nochmal, äh, zu nennen, ja, National Resilience, Christopher Darby, ähm, die stehen im Zentrum des Verbrechens, so wie bei Corona, die Firma, Emergent Biosolutions, im Zentrum des Verbrechens stand. Viele werden sagen, Moment, davon habe ich ja kaum nichts oder gar nichts gehört. Ja. Wir haben alle nur Biontech und AstraZeneca. Ja, genau, nicht, ähm, so, ähm, von National Resilience haben sie bisher noch nichts gehört, weil National Resilience macht den mRNA, in Anführungsstrichen, Impfstoff, für Moderna. Ja. Ah, die produzieren das, ja, nicht diese Tarnfirma Moderna. Und wenn sie dann halt zu Corona, AstraZeneca gehört haben, nicht, großes Unternehmen, ja, denken sie ja, die produzieren das selber. Nein. Oder Novavax. Nein. Das ist alles bei dir. Die haben bei Emerging Biosolutions produzieren lassen. Und das würde ich jetzt nicht wiederholen, jedenfalls da, ja, da ist das Verbrechen mit verknüpft, auch mit dem Antragsfall. Das konnten wir nachweisen. Und das neue Emerging Biosolutions, um es vereinfacht zu sagen, ist National Resilience. Nur, dass sie diesmal eine Top-Mannschaft geholt haben, nicht wie die, wie die, wie die Deutsch-Libanesen in Hildesheim geboren, Huat El-Hibri, der Chef, der von Emerging Biosolutions gewesen ist, ja, mit dieser Mannschaft. Jetzt haben die wirklich sicher, offensichtlich wollen die sicherstellen, ja, mit einer absoluten Top-Mannschaft, die genau halt in meinem Buch halt beschrieben worden ist, und dass das operativ besser über die Bühne läuft und damit sie auch schnell die ganze Weltbevölkerung impfen können, mit Impfstoffen versorgen können, mit Antibiotika versorgen können, nicht? Und das sind aber dann keine echten Antibiotika, sondern dafür ist das Wording schon drin, das heißt dann nicht traditionelle Antibiotika oder antimikrobielle Mittel gegen multiresistente Bakterien, die dann halt in der einen oder anderen Form ausgebracht werden, so läuft das, so läuft das, das Ganze ab und das können die jetzt schon machen, denn wie so selber in Werbefilmen, wenn sie da genauer recherchieren und das ist einfach viel Arbeit, sie fragten ja mal, das sind Stunden um Stunden, Jahre um Jahre halt Arbeit, 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 die man damit verbringt, um diese Sachen aufzuklären und ich werde natürlich da schneller und sozusagen kann noch schneller die Qualität überprüfen und auch überprüfen lassen, dass sich da natürlich ein Netz, ein internationales Netzwerk gebildet hat zu Antrags Dr. Meryl Ness, die auch jetzt mit Children's Self-Defense einiges macht, wird vielen da zum Beispiel etwas sagen, ja, die dann hinterher halt meine Arbeit mit beurteilen konnte, also sozusagen Peer-Review und Ähnlichem. Wenn man natürlich Pionier ist, ist es natürlich alles noch viel schwieriger, das Ganze zu tun und auch dieses Netzwerk, es gibt insgesamt halt gerade wenig finanzielle Unterstützung. die Leute haben immer noch nicht begriffen, glaube ich, um was es hier geht. Es geht um ihre Gesundheit, um ihre Kinder, das haben sie da gesehen. Naja, jetzt geht es für viele um noch was Schlimmeres, um ihren Geldbeutel. Denn das ist, kannst du sagen, Corona und auch der Bakterienterror, das sind nur Mittel zum Zweck, für eine große Enteignung, für das große Nehmen, für das Great Taking. Und das ist zu verstehen und deswegen und damit sozusagen als letztes Thema würde ich nochmal schließen, denn die Sachen sind ja so, auch alle Sachen, die ich im letzten Buch beschrieben habe, das hat ja noch nie jemand gesagt, das ist falsch, das stimmt nicht. Sondern es wird einfach nur totgeschwiegen, als wäre es es nicht geben würde. Auch beim ersten Buch hat auch Amazon nicht nur Tricks gemacht, könnten sie es dabei bestellen und auch selbst als es dann mit Verzögerung raus gewesen ist, hat es noch lange gedauert. Und raten sie mal, was jetzt passiert. Genau das Gleiche. Mein neues Buch, Angriff aus Mikrobiom, welches jetzt in diesen Tagen jetzt rauskommt. Und was man schon vorbestellen kann auch aktuell bei Amazon. Also es ist online zum Vorbestellen und auch in diversen Kategorien Bestseller auf eins in Wirtschaftskriminalität etc. Also das hat Anfragen. Mein Buch ist jetzt halt, wir haben jetzt hier den 18. Dezember 2023, ist in einigen Kategorien Bestseller Nummer eins bei Amazon. Also in Politikwissenschaften, in internationaler Politik, in Wirtschaftspolitik. Es ist ja auch ein politisches Sachbuch, welches Angriffs aus Mikrobiomen ist, Game Over 2. Und das ist Nummer eins Bestseller und das halt zu Weihnachten. Also stärkste Konkurrenz des ganzen Jahres. Nur der Punkt ist, Amazon hat gar keine Bücher. Die haben gar keine Bücher bestellt. Ja, so. Die haben gar keine Bücher. Und ich möchte auch gar nicht über Amazon verkaufen. Die haben sich das einfach nur genommen, tun so, täuschen die Leute. Ihr kriegt noch Bücher, am besten noch halt vor Weihnachten. Das ist eine Täuschung. Sie bekommen halt über die ethica.media Verlag und noch einige andere gute Verlage bekommen sie das noch direkt. Aber nicht bei Amazon. Den Link werden wir dann unter dem Video einbetten. Das ist dann der Verlag des Buches ist dann ethica.media wenn ich das richtig höre. Ethica media also E-T-I-C-A Punkt media genau. Wunderbar. Ja, das blenden wir ein. Ja, dann ich denke viele dieser Organisationen, die sie im Buch ansprechen, das ist wie bei der Corona-Krise auch, da war auch den wenigsten Leuten der Name Welcome Trust, also von Henry Welcome ein Begriff, mit dem dann auch anscheinend unsere nette Ethik-Ratschefin Frau Bix irgendwie verbandelt ist. Also da gibt es sehr viele Operatöre immer im Hintergrund, die nicht im Vordergrund stehen, die mit finanziellen Mitteln, mit Produktionskapazitäten den am Markt auftretenden Brands, den Frontmarken zuarbeiten und oft sind es dann auch die gleichen. Ja, aber ich denke also im Rahmen von Corona haben viele Leute doch einiges Erstaunliches erfahren, wenn man weiß, dass Moderna ein Spin-off der DARPA ist und das ist ein militärischer, also das ist der Forschungszweig des US-Militärs, dann muss man sich natürlich schon fragen, inwieweit das dann Humanmedizin ist, wenn es mal als Biowaffe entwickelt wurde und sich das auch offiziell in Patenten in US-Medien eigentlich, Leitmedien nachlesen lässt, dass Moderna ein Spin-off der DARPA ist und wiederum alles vom Militär auch finanziert wird mit Millionen und Milliarden. Von daher ist es wichtig, das darzustellen. Richtig und man kann viele Informationen halt rausziehen, nicht, da draus, aber es ist natürlich eine Vollzeitarbeit, wirklich das alles zusammenzusetzen, auch zu verifizieren und in dem Buch sind ja auch jetzt wieder viele Infografiken auch drin, auch von Gesichtern von Menschen, von Kernpersonen, so, dass man wirklich einen guten menschlichen Eindruck dabei gehabt. Auch die Schrift im Buch ist größer, Abstand und weiter, also auch gelernt halt von der ersten Ausgabe, nur die kleinen Kritikpunkte, die da jemals da gewesen sind, auch versucht, besser zu machen. 404 Seiten hat das Ganze mit einer DVD auch noch mit bei und ja, ich danke auch für den großen Zuspruch, den das Ganze hat und obwohl ich ja immer die Jahre gesagt habe, bei Amazon nicht bei den Oligarchen bestellen, haben offensichtlich jetzt so viele bestellt, dass es so viele Platz 1 Bestseller Rankings bei Amazon hat, wie internationale Politik, Politikwissenschaften und ähnlichen, ja, aber die Leute werden dort erstmal halt lange, lange enttäuscht werden. Das ist natürlich ein gutes Zeichen für die Nachfrage nach dem Buch, auf der anderen Seite ist es auch ein schlechtes Zeichen, da die Leute immer noch in der Bequemlichkeit sind und die Monopolisten unterstützen, ja, dann müsste man auch, das sage ich immer, es ist auch eine gewisse proaktive, ja, eine Hohlschuld zu sagen, ich gehe dann eben auch zu einem kleinen Verlag, ich gehe dann zu einem kleinen Buchhändler und nicht zum großen Grossisten, zum Monopolisten, der andere Meinungen wegzensiert oder nicht unterstützt oder wie bei Ihnen dann im Falle vielleicht das nicht ausliefert oder mit diesen Weg nicht wegschaffen von Netflix, Amazon, von Google, Microsoft, etc. Also man müsste natürlich, und da haben wir alle sehr viel gemacht, das haben die Bykots und Boykots in den USA der letzten Monate gezeigt, wenn wir dem Markt Geld entziehen, dann bewegt sich da am Markt auch was, das ist tatsächlich einfach Marktmacht und der Kunde entscheidet mit seinem Kaufverhalten und wenn man halt nicht das Netflix Abo kündigt, weiter eine Google E-Mail Adresse hat oder bei Amazon permanent alles bestellt, dann ist man eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Ja, das ist wahr. Keiner, auch ich nicht, ist da halt ein Heiliger oder kann das alles machen in der Situation, da gibt es sicherlich einige Zwänge, aber wir können uns bemühen, wir sollten uns bemühen, es liegt jetzt auf dem Tisch und wir haben die große Chance jetzt diesen Bakterienterror zu verhindern. Es ist mindestens so groß wie Corona, Corona 2.0, komplex, was sich damit alles sozusagen verbindet. das Mikrobiom, was wollen die eigentlich? Ich kann es nur dann kurz zum Abschluss sagen, über das Mikrobiom im Darm wollen sie ans Gehirn ran, also nicht. Der Darm sendet halt Signale zum Gehirn und die Bakterien sind da im Mikrobiom das Entscheidende dabei. So rum geht es, aber da kann ich nur sagen zum Abschluss, ich bin zuversichtlich, dass wir das zusammen hinbekommen, dass diese Informationen verbreitet werden, sie können auch über Buchpatenschaften verbreitet werden, das heißt, es ist das gedruckte Buch ja da, jetzt, endlich, und wir können es im Vorfeld den Amtsträgern zuschicken, also Politikern, dokumentiert, sie können nicht mehr sagen, sie hätten nichts gewusst, den Amtschefs, und gerade da, das wird es interessant, halt der Ärzteverbände, der Wirtschaftsverbände, nicht, der Polizeigewerkschaften, es gibt tatsächlich immer noch Gewerkschaften, also die soll es geben, nicht auch, wenn, tja, sie keine gesellschaftliche Rolle mehr spielen, aber das sind alles auch Chancen, das wieder zu beleben, in einer guten Art und Weise zusammenzustehen, und wir haben noch ein Jahr etwa, sage ich vielleicht mal operativ, jetzt, bevor, das wirklich kommt, sie können das schon, sie hatten ja diese Frage gestellt, ab wann, das kann ab morgen sein, aus unterschiedlichen Gründen, auch die Wahl von Bobby Kennedy Junior, der auch dieses Buch geschrieben hat, nicht der, ups, das ist noch ohne, aber das ist, genau, das wahre Gesicht des Herrn, da haben wir das, der Herrn Vauti, nicht, wir standen ja zusammen halt in Berlin vor über einer Million Menschen auf der, auf der Bühne, das sind Sachen, wir haben die Kraft, wenn wir wollen, wenn wir zusammenstehen, und wenn wir halt auch etwas tun, und da kann ich nur alle einladen, es lohnt sich, das zu tun, und ja, die Helfer zu unterstützen. So, insoviel wünsche ich allen halt ein ganz gesegnetes Weihnachtsfest, ein frohes neues Jahr, Wissen schützt, ja, und macht, ähm, wesentlich entspannter. Wissen ist Macht, das war schon immer so, und wichtig ist auch, dass man, man muss ja auch nicht mit jedem, in allen Punkten einer Meinung sein, man darf auch durchaus divergierende Meinungen haben, aber sich dann trotzdem insgesamt für das Große und Ganze, für das Gute, für den Humanismus, ist ein bisschen abgetroschener Begriff, aber für den Humanismus engagieren, ähm, und dann kann man nachher noch über Details streiten, ähm, so wie ich natürlich jetzt, ja, vielleicht mit Herrn Kennedy auch nicht in jedem Punkt einer Meinung bin, aber generell ist er sicher ein bester Präsident, zumindest fürs Erste, als ein Herr Biden, wo man gar nicht weiß, inwieweit, wer, wo, was der noch mitkriegt, ja, also, ähm, von daher kann ich mich dem nur anschließen, und dann lasse ich Sie, danke ich erstmal fürs Gespräch, äh, für das Aufschlussreiche, ähm, ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, wünsche gute Besserung, äh, und, äh, natürlich auch frohe Fest und Weihnachtstage, und, ähm, ja, dem Publikum, äh, kann ich dann nachlegen, sich eben auch zu informieren, das Buch zu besorgen, ähm, ja, zu schauen, was es da an Informationen gibt, und, äh, äh, weil ich glaube, außer Ihnen hat jetzt das auch noch keiner aufgearbeitet, wäre mir neu, ähm, und ich informiere mich da breit, also das Thema, auch leider mein Artikel, ähm, äh, hat noch viel zu wenig Verbreitung in, in Anbetracht dessen, was für eine Relevanz es hat. Aber das muss ich sagen, ähm, ähm, dazu, so etwas Neues, ich kann, kann das ja sagen, ähm, ähm, der Artikel, Nahrung als Waffe ist richtig gut, und der ist im Angriff, im Mikrobiom auch zitiert, ja, weil das nochmal einen Ausblick gibt, wie ganz, äh, das Ganze halt verknüpft ist, im Großen, äh, im Großen und Ganzen. Deswegen, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Dann danke ich da auch und fühle mich gehrt, das ist doch schön, und dann, äh, verabschieden wir uns hiermit für das Gespräch, danke fürs Zuschauen und allen schönen Weihnachten und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Bis bald. Bis bald.